Nazis zu einem einzigen Zweck, um Juden planmäßig zu ermorden. Genaue Zahlen kennt niemand, Schätzungen schwanken zwischen 150.000 und 250.000 Opfern. Heute vor 70 Jahren wagten mehr als 300 Häftlinge Aufstand und Ausbruch, 42 von ihnen überlebten. Daraufhin wurde das Todeslager der Nazis dem Erdboden gleichgemacht, erst Jahre später überhaupt im nachgewachsenen Wald wiedergefunden. Fast alle Aufzeichnungen waren vernichtet, deshalb gibt es heute keine bewegten Bilder aus Zubibur, nur diese Fotos. Es gibt keine Baracken wie in Auschwitz, nur dieses Denkmal. Und diese Wiese, von der man weiß, dass die Gräser auf der Asche der ermordeten Juden wachsen. Wir hatten nur eine kleine Chance, aber wir wollten in Ehre kämpfen und sterben. Wenn zufällig einer überleben sollte, hatten wir geschworen, ein ganzes Leben lang Zeuge zu sein, dass es diesen schrecklichen Ort gegeben hat. Heute Nachmittag wird der Opfer in Zubibur gedacht. Acht Menschen leben noch, die vor 70 Jahren bei dem Aufstand dabei waren. Drei von ihnen sind nach Polen gereist, um die Welt an die Gräuel der Nazis zu erinnern. Drei von ihnen sind nach Polen. Vielen Dank.